Also du hast ja auch ne Vollmeise, ehrlich. So, was machen wir jetzt? Komm, jetzt nehmen wir mal los, lass uns mal krachen. Pack mal aus. Mach mal lauter. Noch lauter, bitte. Ich hab gesagt lauter und ich sag irgendwie Mümmel. Ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Okay, bin soweit. Der erste kam mit nem gebrochenen Schädel. Der zweite war Tiefseetaucher AD. Der dritte hing nur mit ihren Nutten rum. Der vierte war sein Bruder. Der fünfte war mal Butler bei der Queen. Dem sechsten hab ich mal Geld geliehen. Der siebte war einer von der speziellen Sorte. Und der achte war ein Paar. Und der achte war ein Paar. Die sechste war, naja, weißt schon wie. Die siebte war ein Brett, aber immer gut drauf. Und die achte war ein Paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich wollte eigentlich immer Tänzer werden. Dem ersten hab ich den Schädel gebrochen. Dem zweiten hab ich den Schädel gebrochen. Dem zweiten sein ganzes Garn abgekauft. Dem dritten zwann ich fürs Taxi geliehen. Den vierten kannte ich kaum. Den fünften hab ich vom Flughafen abgeholt. Vom sechsten meine Kohle nie wieder gesehen. Der siebte rief neulich aus Portugal an. Und der achte ist ein Paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich wollte eigentlich immer Tänzer werden. Der erste war glaub ich doch meine Mutter. Der zweiten hab ich den Drogen lief geschickt. Der dritte hab ich mal sehr geliebt. Und die vierte glaub ich auch. Der fünften hab ich nen Vodka spendiert. Der sechsten hab ich, na weißt schon, Alter. Sieben hab ich zum Lachen gebracht. Und die achte ist ein Paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich wollte eigentlich immer Tänzer werden. Alter, jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich fertig, Alter. Jetzt mach mal was easy. Ich bin ja völlig auf.